Ja, das ist ein richtiger Rummel hier. Na ja, super. So Herr Kerger, Sie wollen jetzt eine Rundfahrt machen, ist das richtig? Ja, ich wollte eigentlich jetzt demnächst dachten auf eine Europa-Reise. Und die hat ungefähr 4.500 Kilometer an Streckenlänge. Das führt mich durch ganz Europa. Erstmal durch das wunderschöne Böhmen, über Graz und vorher Wien, dann ins Alpen-Südland, bevor ich dann weiter über Florenz bis nach Neapel und danach über Genua, hoffentlich beim besten Wetter und ja, Frankreich hinterher dann auch noch wieder zurückfahre hier nach Hannover. Wie viele Kilometer sind das insgesamt? Also insgesamt habe ich mir ungefähr 4.500 Kilometer vor. Hui. Vielen herzlichen Dank. Ja, bitte, bitte. Vielen herzlichen Dank. Vielen herzlichen Dank. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank.